Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von Rebel Galaxy. Wir müssen jetzt erst mal zur nächsten Mission fliegen, sollte aber relativ zügig gehen und ich lasse mich jetzt nicht von irgendwelchen Signalen ablenken. Den Fehler habe ich immer schon bei Elite Dangerous gemacht. Ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Ich bringe nämlich eigentlich viel mehr Geld und ich habe mir jetzt vorgenommen, immer wenn ich jetzt zur Station komme, werde ich jetzt nicht mein Geld sofort wieder zum Fenster rauswerfen für irgendwelche neuen Teile. Ich glaube, ich werde jetzt erst mal auf ein neues Schiffchen sparen. Ich glaube, das könnte ein bisschen interessanter für uns werden. Oder wie seht ihr das? Also ich denke, das macht Sinn. Können wir uns auch mal mit größeren Pötten anlegen. So. Dann legen wir mal los. Da kommt schon... Oh, verdammte Scheiße. Was ist denn hier los? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das soll eine normale Herausforderung sein. Das ist aber schon eine ziemlich große Herausforderung. Shit. Oh mein Gott. Ja, ich könnte auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Meine Schilde sind weg. Meine Schilde sind weg. Och du Kacke. Ich bin nicht mal in der Lage, eine Average Mission durchzuhalten, ohne dass ich sofort draufgehe. Das ist aber nicht nett. Ich glaube, ich muss ein bisschen aus der Reichweite von den Raketen bleiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gerade ein bisschen zu viel für mein kleines Schiffchen. Ja, ja. Die Deflektoren-Schilder kommen da nicht so richtig mit zurecht. Scheiße. Leute, das kannst du vergessen, ey. Fuck. Scheiße. Scheiße. Okay. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuch's mit so einem... mit so einer Hit-and-Run-Attacke. Immer mal wieder schnell hinfliegen und dann Feuer. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so zielführend ist, ey. Da brauche ich ja ewig für den Angriff. Dieses verkackte Kommandoschiff, ey. Das hatten wir am Anfang direkt so krass einen eingeschenkt. Der hatte sau viele Waffen dabei, die nicht so gut für mich waren. Kann es sein, dass irgendwie die Hälfte meiner Waffen auf der einen Seite nicht funktionieren? Nee. Doch, die funktionieren alle. Jetzt kriege ich die rechte Seite wieder... Oh mein Gott. Nee, Leute. Ich... Scheiße. Ich wollte grad sagen. Ich mach mich vom Acker. Das ist nicht gut. If you find yourself outgunned in a story mission, visit the mission board at the station for sidejobs, bla bla bla. Exit. Was heißt denn das jetzt? Fuck. Was heißt continue? Wo komme ich denn jetzt hin? Okay, wir sind wieder hier. Okay, Gott sei Dank, ey. Incoming hail. Das muss ich jetzt leider nochmal annehmen, das ganze Zeug. Ja, ja. Das kennen wir alles schon. Das haben wir alles schon gesehen, diese Missionsbeschreibung. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass man so krass auf die Fresse kriegen kann. Das hat sich eben echt rentiert. Ein Glück gibt's hier sowas wie Safe Games. Ähm, ich glaube... Es war... Gar nicht so schlecht, dass ich drauf gegangen bin, weil... So eine richtige Reparatur... Ich glaube, das wäre sehr, 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 sehr teuer geworden. Bin mir nicht sicher, ob ich mir das überhaupt nicht leisten können. Gut, aber wir wissen jetzt... Diese Mission, diese Hilfe-Mission, die brauchen wir gar nicht erst probieren, diese durchschnittliche. Ähm, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir mit unserem momentanen Schiff nie und nimmer. Oder wir brauchen irgendwie noch Hilfe. Aber unser derzeitiger Söldner, der kann das einfach nicht packen. Da bräuchte ich größere Begleitschiffe. Also es gibt ja noch andere Söldner, die man anheuern können. Aber dafür habe ich einfach kein Geld momentan. Die sind zu teuer. Vor ein paar Folgen habe ich mal einen gesehen, der hatte irgendwie Kosten von 16.000. Das rentiert sich dann wahrscheinlich auch, aber... Wo soll ich das jetzt bezahlen mit was vom Geld, ey? So, und los geht's. Mir ist aber... Aber ich habe wieder nicht gesehen, dass wir großartig irgendwie so eine Secondary-Waffe hatten, die irgendwelche Raketen zerstört hat eben bei dem Gefecht. Naja, ist egal. So, die sind aber, wie gesagt, äh, wieder kein Problem. Aber ich mache erstmal die Tante da fertig. Ich glaube, die kann mit ihrem Schiffchen eher gefährlich werden als diese Gunships. Das ist hier, glaube ich, eine leichte Fregatte, was die da hat. Aber die Raketen kommen nicht an, ich muss näher ran. Komm schon, schön den Arsch. Nee, die werden irgendwie vorher zerstört anscheinend. Kann das sein? So, weg ist er. Hat hier irgendwas schönes an Bord? Oh, eine Ordnance-Crate. Die nehmen wir sofort mit. Den Bio-Waste können sie schön behalten. So, der ist auch down. Wieso Collision-Warning? Da ist doch gar nichts. Naja, also, zu den Missionaries fliegen wir definitiv nicht. Ich guck mir mal diese Militia-Aid-Mission an, aber die ist ja auch Average. Ich hoffe jetzt, dass da wenigstens ein paar Kriegsschiffe sind von dieser Miliz eben, die uns auch ein bisschen helfen. Wenn ich das jetzt alles alleine machen soll, sehe ich da doch eher schwarz. Aber wenigstens passiert hier in dem Spiel mal was. Das habe ich ja zwischendurch bei Illy Dangerous, das hat mich ein bisschen genervt, dass einfach zwischendurch viel zu viel nichts tun war. Das hat immer mal wieder ein bisschen gesuckt. Das haben sie hier recht schön gemacht. Hier ist ziemlich viel Action reingepackt. Ist ja auch eigentlich ein Arcade-Spiel. Ist ja keine Simulation oder sowas. Finde ich sehr schön insgesamt. So. Da haben wir ein paar größere Schiffe. Auch kleinere. Ach du Scheiße. Moment. Ich muss kurz mal gucken. Wer ist hier böse und wer ist hier gut? Was ist das große da? Das große Schiff ist das gute oder böse? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich kümmere mich jetzt erstmal auf jeden Fall um die Bomber. Ich will nicht, dass die mir mit ihren komischen Waffen wieder voll den Würzel wegblasen. Scheiße. Und ich krieg gerade wieder Probleme. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich meine Schilde halt alle, ich sag mal, gleich belaste. Also ich glaube ich muss tatsächlich ein bisschen mehr rumfliegen, damit ich nicht immer nur die Schilde von einer Seite hab die Probleme kriegen. Alter. Der hat es mir gerade dreckig gegeben mit seinen Beamlasern. Die brennen sehr schnell die Schilde runter. Zu schnell vielleicht. Ich muss den mal einloggen. Ich weiß nicht, ob meine Waffen den alle gelockt hatten. Scheiße. Ich habe auch keine, ich habe keine Raketen mehr. Und dieser große Obermops, das scheint wohl auch ein Guter zu sein, weil der schießt auf diesen Red Devil Harrier. Ja, der wird auch auf dem Radar angezeigt als blau, das ist gut. So, der ist down, der hat gerade irgendwas verloren. Was hat denn der verloren gerade? Na gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht sofort herausfinden. Kümmern wir uns erstmal um die Gegner. Ja. Jupp, das ist wirklich a real mess. Also ein großes Durcheinander. Scheiße, irgendjemand macht meine Schilde von hinten links fertig. Und unser Söldner, der hat auch schon sein linkes Schild verloren. Ich hoffe mal, dass der es überlebt. Ich möchte hier nicht ganz alleine rumfliegen. So, jetzt kämpfen wir zusammen, lieber Söldner. Kriegen wir das hin? Ach, locker. Ich glaube, die großen Schiffe, ne, ein großes rotes Schiff ist noch da. Aber ich hole mir jetzt erstmal die Ordnance Crate, das ist wichtig. Und ich will kurz was einstellen. Im Pausemenü, da kann man ja einstellen, welche Waffen welche Gegner angreifen sollen. Die Swarm Turret, die sollen jetzt erstmal nur gegen Capital Ships gehen. Die sollen nicht verschwendet werden für kleine Schiffe. Scheiße, da haben wir wieder ein Kommandoschiff. Jaja, das Kommandoschiff wird uns wieder ordentlich einheizen. Ich muss wieder ein bisschen Abstand gewinnen, damit sich die Schilde wieder aufladen können. Das Schöne an dem großen Schiff ist, an dem großen Gegnerschiff, man kann es überhaupt nicht verfehlen. Aber es ist halt echt dick gepanzert, das Teil. Und ich sehe immer noch nichts von irgendwelchen Verteidigungswaffen. Scheiße, und die Schilde sind wieder runter. Ich hatte ja eigentlich so eine Flakkanone gekauft, aber irgendwie sieht man die nicht. Ich will mal kurz was gucken. Ich kann die aber nicht auswählen. Gar nicht. Sag mal, System, muss man die vielleicht selber benutzen? Und ich habe es einfach noch nicht gesehen. Äh, Cycle Protect Turrets. Select Broad Sides. Cycle Missile Turrets. Scheiße, vielleicht muss ich die Cycle in die Waffen. Ich guck mal kurz. Nee. Ich schieße jetzt mal damit auf den blöden Bomber. Nee, das funktioniert nicht. Oh mein Gott. Das wird ein echt heftiges Gefecht, glaube ich. Das wird noch eine Beile dauern. Und das verfolgt halt auch nur mich gerade. Und dieser behinderte große Kreuzer ist auch nicht mehr da, der mir vielleicht hätte helfen können. Ich bin critically damaged. An wahrscheinlich verschiedenen Stellen. Nicht nur an einem. Und dieser verkackte Bomber soll letztendlich mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen. Ich treffe den aber auch nicht. Nee. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch einen Verbündeten finde. Wo ist eigentlich mein Verbündeter? Was ist das da für ein Schiffchen? Bist du böse? Nee, der wird beschossen. Das ist schon mal gut. Wenn der beschossen wird, ist das höchstwahrscheinlich ein Freund. Nee, das ist auch ein Gegner. Eine Raketenkorvette. Die müssen wir ausschalten. Aber der schießt nicht nur Raketen. Der schießt nicht nur Raketen. Der schießt nicht nur Raketen. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich das packen kann. Ich glaub's nämlich eher nicht momentan. Ich flieg jetzt mal zu dem großen Kreuzer da. Die werden mir ja hoffentlich hinterherfliegen, diese Kackdinger. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Kommen die mit? Jupp, die fliegen mir praktisch wie an der Schnur aufgereiht hinterher. Und hier ist überall Zeug. Alles mitnehmbar für mich. Das ist sehr schön. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt lieber überleben, anstatt irgendwelche Mineralien zu finden. Mach die Missile Corvette fertig. So, jetzt lässt die wenigstens mal ein paar Federn. So, down. Meine Schilde vorne aber auch. Und das Kommandoschip muss man doch jetzt irgendwie mal fertig machen können. Scheiße, und schon sind die Schilde wieder zusammengebrochen. Ja, Target eliminated. Aber nicht das Kommandoschip. Das müssen wir doch fertig kriegen. Aber die haben wenigstens noch ein paar Raketen, was sie gegen das Kackvieh aufbieten können. Oh mein Gott. Nicht gegen das Ding gegen Kesseln. So, der Bomber muss auch weg. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Und ich glaube jetzt ist tatsächlich nur noch das beschissene Kommandoschiff übrig. Und das hat sogar gerade seine Schilde verloren. Wenn wir jetzt alle drauf halten, dann könnte es vielleicht sogar klappen. Scheiße. Und meine Schilde gehen... Oh mein Gott. Und meine Schilde gehen die ganze Zeit drauf. Ich bin echt nur noch am Wenden. Wo ist das Vieh jetzt hin? Oh, der hat sich versteckt, ey. Und meine Leute, ich versuche mal was. Ich versuche mir mal hinter den zu bringen. In der Hoffnung, dass ich dem quasi immer schön in den Hintern schießen kann. Und er nicht mal so eine gute Schussbahn auf mich hat. Ich versuche mich jetzt quasi immer hinter dem seinen Triebwerken aufzuhalten. Wird der... Wird mein Söldner quasi von dem gerade verfolgt? Haha. Super. Ne, jetzt dreht er wieder auf mich drauf. Ach, der große Kreuzer ist auch wieder da. Haha. So, schnell wieder weg. Ich verpisse mich mal hinter den Kreuzer. Und das Kommandoship ist down. Alter Falter, was ein Kampf, ey. Der hat mich fertig gemacht, der Kampf. Und zwar massiv. Boah. Ich glaube, das war geldtechnisch ziemlicher Reinfall. Das war wirklich ein ziemlicher Reinfall wahrscheinlich. Hier sind überall noch ein bisschen Cargo am rumfliegen. Die sollte ich wohl bestmöglich noch mitnehmen. Da habe ich vielleicht dann wenigstens meine Reparaturkosten wieder drin. Aber alter Falter, ey. Alles, was Average ist, brauche ich mir nicht mehr antun. Das schaffe ich einfach nicht. Da ist noch eine Ordnance Crate. Okay, dann muss ich wenigstens keine Monie bezahlen. Perfekt. Boah. Aber das war fast ein bisschen viel Aufregung für mich, ey. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.